Das ist der Tempel der Königin Hatschepsut hier, den wir jetzt gleich besichtigen. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, man fährt eben halt hier, mit dieser kleinen Bahn, fährt man zu der Tempelanlage. Wenn Sie zum ersten Mal, die wir schon vorbereiten haben, dann haben wir den ersten Mal, da vor zwei Jahren, wo auch noch ein Programm war. Das ist die Gräber, der Priester von Tempelanlage.